Hallo, wir sind das Ensemble Adornamento und kommen aus Tirol, Oberösterreich, Paris, Warschau. Unser Programm zum Thema Krieg und Frieden eröffnen wir mit Antonio Caldara und stellen dabei Klage und Fröhlichkeit gegenüber. Danach folgen eine Schlacht und eine Passacaglia von Falconero. Die Zerrissenheit und Verrücktheit der Welt wollen wir mit Marini und Vivaldi zum Ausdruck bringen. Wir schließen mit Rosenmüller Sonata Seconda und eine Bitte nach Frieden und Vergebung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020